Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist die Lana und heute erzähle ich, was ich im Monat Oktober gelesen habe. Und zwar habe ich bei einem Grusel-Bingo mitgemacht. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das war auf Instagram. Wenn ihr Hashtag Grusel-Bingo eingebt, solltet ihr das finden. Man konnte sich das quasi selber zusammenstellen. Das waren also neun Felder und da konnte man dann auf jedes Feld ein beliebiges Buch eben draufsetzen oder auch ein Hörbuch und konnte dann eben das im, glaube sogar September und Oktober lesen. Ich bin aber erst im Oktober mit dazu eingestiegen, weil ich ja eigentlich schon seit zwei Jahren mal plane, den Oktober so ein bisschen zum Gruselmonat oder ja, wo ich so gruselige Bücher quasi lese, um zu gestalten. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft und die Veranstalterinnen haben das dann quasi sogar so gemacht, dass sie für jede erlesene Reihe, also für jedes Bingo quasi, sich einen bestimmten Betrag irgendwie in die Bücherkaufspardose gesteckt haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ihr wisst ja, ich bin eher beim Sub-Abbau statt Aufbau. Aber ja, ich habe es einfach auch Spaß mitgemacht und es hat auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass ich dadurch teilweise Bücher gelesen habe, wo ich sonst vielleicht nicht direkt zugekommen wäre. Und sie waren tatsächlich unterschiedlich gruselig. Also bei manchen hatte ich vorher die Erwartungshaltung oder hatte gedacht, dass sie irgendwie gruselig sind und dann waren sie 0,0. Und bei anderen hat es sehr, sehr gut gepasst. So, fangen wir mal an. Und zwar hatte ich als erstes gelesen Blood & Chocolate von Annette Curtis-Clause. Curtis-Clause? Ich weiß es nicht genau. Ist im Heine Verlag erschienen, hat 335 Seiten, ist aus dem Jahr 2010. Und wie gesagt, war das erste Buch, was ich auch für dieses Grusel-Bingo gelesen habe. Für die Jahreschallenge habe ich kein passendes Feld leider dazu gefunden. Das hat sich leider immer ein bisschen gebissen, diesen Monat tatsächlich. Ich musste mich immer entscheiden, okay, mache ich jetzt Jahreschallenge oder mache ich Grusel-Bingo? Deswegen habe ich auch nicht alle neuen Bücher und Hörbücher geschafft, die ich mir da vorgenommen hatte. Bei Blood & Chocolate geht es um die junge, aber selbstbewusste und fast schon ein bisschen eitle gehende Vivian, die ein Werwolf ist. Und ein Rudelmitglied von ihr hat einen Menschen getötet. Und daraufhin wurde ihnen alles Hab und Gut von den Menschen in dieser damaligen Stadt verbrannt. Und auch ihr Vater ist in dem Feuer gestorben. Und ja, jetzt ist das ganze Rudel umgezogen und sind eben fremd in der neuen Stadt. Da leidet Vivian wirklich sehr drunter. Ihre Rudelmitglieder lässt das relativ kalt. Also die sind eigentlich immer nur zusammen, sage ich jetzt mal. Und sie wünscht sich aber eigentlich mehr. Was Vivian auch nicht gut findet, ist, dass sie so ein bisschen als Weibchen für alle gilt. Also es gibt irgendwie je nach Altersstufe nur so und so viele Weibchen. Und halt in ihrer Altersstufe ist sie quasi die Einzige, was schon mal ziemlich foie ist irgendwie. Ja, also in ihrer Generation sind es quasi alles Männchen bis auf sie. So, und aktuell hat das Rudel keinen Anführer und ist dadurch sehr ziellos und unruhig. Also es gibt sehr viele Konflikte in dem Moment. Sie entwickelt ein Interesse am Malen und wird mit einem ihrer Bilder sogar in der Schülerzeitung abgedruckt. Und daneben findet sie das Gedicht von einem ihr bis dato unbekannten Jungen namens Aiden. Der hat auch so eine Art Wolf-Gedicht geschrieben. Und das ist natürlich direkt Treffer in ihr Herz. Nur ist natürlich die Frage, ob sich Vivian von ihrer Werwolf-Seite soweit lösen kann, dass sie halt mit einem Menschen zusammen sein kann. Also erstmal den Charakter von Vivian fand ich nur so, naja, weil sie eben wirklich sehr ins Eitle geht. Auch das Gebaren von diesen Männern im Rudel, das war halt super rückständig und total befremdlich für mich. Also es ist wirklich sehr patriarchalisch und sexistisch, ehrlich gesagt, für mich gewesen. Das lasse ich sehr danach. Die wird irgendwie regelmäßig sexuell bedrängt und von denen herumkommandiert. Das sollte wohl wahrscheinlich so ein bisschen die Unterschiede zwischen Menschen und Werwürfen deutlich machen. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, in der letzten Zeit viele solcher Bücher zu lesen. Und das stört mich einfach, weil dadurch schlussendlich ein sexistisches Weltbild als richtig oder erstrebenswert gehandelt wird. Und davon habe ich langsam echt die Nase voll, ehrlicherweise. Das ist ja genauso wie bei Twilight oder so. Ja, kann ja alles sein. Er ist ein Vampir. Er ist so aufgewachsen, wie auch immer. Er kennt das nicht anders. Aber irgendwie so dieses Weltbild. Ja, das dumme Frauchen beugt sich irgendwie den Männern, weil die wissen es ja eh alle besser. Und so hängt mir aus der Nase raus. Deswegen, das fand ich überhaupt nicht gut. Die Entwicklung der Handlung hat mich sehr überrascht. Und es las sich auch sehr flüssig. Also ich habe es tatsächlich an einem Tag durchgelesen komplett. Ich fand es auch gruselig. Und damit war es auch für das Monatsmotto sehr gut geeignet. Ja, aber wegen der als okay dargestellten Beinahe Vergewaltigung und Belästigung gibt es von mir deswegen trotzdem nur drei Sterne. Also ich fand es so mittel. Als nächstes habe ich gelesen Der Fahrer von Andreas Winkelmann. Das ist ja erst dieses Jahr erschienen im Juli im Rohwald Verlag. Hat 397 Seiten und hat leider auch nicht auf dem Jahreschallengefeld gepasst. Was ich vorher auch nicht so ganz wusste, war, dass es ein dritter Band ist. Also es ist so gekommen, ich hatte mir das von meiner Mutter ausgeliehen. Hatte auch Interesse, das zu lesen. Vorhergründig ging es mir aber tatsächlich darum, dass ich theoretisch, ich glaube Anfang September oder so, auf einer Lesung von dem Andreas Winkelmann gegangen wäre. Das ist aber kurzfristig aus Krankheitsgründen ausgefallen. Und dann saß ich quasi auf dem Buch. Also ich wollte eigentlich wirklich, dass meine Mama da halt eine Unterschrift reinkriegt. Hörte sich aber trotzdem interessant an. Habe ich gedacht, ja komm, dann behalte ich das jetzt nochmal ein bisschen länger hier und lese es einfach erstmal auch selber durch. Ja, dementsprechend habe ich jetzt die anderen beiden Bände nicht noch zuvor gelesen. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, aber egal. Also Frauen werden in diesem Band entführt, um die Polizei als inkompetent dastehen zu lassen. Dabei führt die Spur zum einen zum neuen Fahrdienst My Driver. Das funktioniert halt wie Moja. Also augenscheinlich ist das die Inspiration oder das Vorbild für diesen fiktiven Fahrservice. Und die zweite Spur führt in die Vergangenheit des Protagonisten Jens Kerner. Das ist eben Polizist. Fotos von den Frauen erscheinen auf Instagram mit dem Hashtag Finde mich. Und trotz aller Bemühungen hechelt die Polizei leider immer einen Schritt hinterher. Ja, und sie ermitteln auch wirklich fieberhaft, weil das wirklich alles im direkten Umfeld irgendwie entsteht und sich teilweise auch wie Insiderwissen anhört. Parallel wird Jens durch eine Überraschungsparty zum Geburtstag mit seinem kleinen Bruder konfrontiert, mit dem er heftig zerstritten ist. Ob der vielleicht was damit zu tun hat? Und was mir super gefallen hat, ist, dass ich viele, viele Ecken, die hier von Hamburg beschrieben werden, kenne. Das Buch spielt rund um den Stadtpark, aber auch andere Stadtteile und Orte in der Stadt kommen vor. Außerdem war es richtig spannend, also ein echter Page-Turner. Was mir nicht ganz so gut gefiel, die ersten 70, 80 Seiten gab es x Handlungsstränge parallel. Also ständig wurden weitere Baustellen irgendwie aufgemacht. Und das ganze Buch über wurden so dermaßen viele Personen und Namen genannt, dass ich tatsächlich mehrmals überlegen musste, so, wer ist jetzt beispielsweise nochmal Carina? So, also es wurden wahnsinnig viele Handlungsstränge und Charaktere irgendwie aufgemacht. Und dann würde für mich gefühlt auf Krampf versucht, Instagram, Influencer, Moja, Unfälle durch Handyformulai am Steuer und so weiter zu thematisieren. Also es wirkte ziemlich konstruiert. Irgendwie war der Lesefluss dadurch nicht so smooth wie bei anderen Autoren. Ich hatte das Gefühl, der Autor sprang hier ein bisschen zu viel von A nach B. Aber es gab auf jeden Fall viele Spuren und die Spannung war bis zum Schluss eigentlich gegeben. Deshalb gerade noch so vier Sterne von mir dafür. Dann ein kurzes Hörbuch, wo ich aber wahnsinnig lange dran gehört habe. Und zwar Estray von Emma Donoghue. Das ist die Autorin von Raum. Und es gab das mal irgendwie, ja, letztes Jahr bin ich damit, oder vorletztes Jahr. Und zwar gab es da eine Aktion im amerikanischen Raum, so ähnlich wie der Welttag des Buches, stelle ich mir das vor. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es hieß. Da waren dann sozusagen so eine Art Ferienprogramm für Kinder, also für literaturinteressierte Kinder, wurde da zusammengestellt mit Gratishörbüchern. Also jede Woche gab es irgendwie interessante oder wertvolle Literatur für Schulkinder als Hörbuch dann gratis zum Downloaden. Und natürlich auch nicht nur für amerikanische Kinder, sondern halt allgemein zugänglich sozusagen. Da waren aber viele unbekannte Autoren oder Romane dabei, zumindest mir nicht bekannt. Und ich habe damals tatsächlich zwei Bücher runtergeladen. Und zwar einmal das Estray wegen der Autorin. Die hatte ich ja halt, ja, Raum schon mal gelesen und fand das sehr gut. Ich wollte ganz gerne noch ein bisschen was von ihr hören oder wissen. Und dann hatte ich noch ein Hörbuch runtergeladen, das hieß Gulp, weil ich dazu die Handlung auch ganz interessant fand. Also das hörte sich auch wirklich nach einem Kinderabenteuerroman an sozusagen. Da geht es irgendwie um die Kanalisation und weiß ich nicht, irgendwie irgendwelche Leute, die da rein verschwinden und da irgendwelche Abenteuer erleben. Und das Ganze ist ein Hörbuch von Hachette Audio, auf Englisch logischerweise. Und hatte jetzt, wie gesagt, nur eine Laufzeit von 6 Stunden 31 Minuten. Wurde 2012 veröffentlicht. Also vielleicht ist es dann doch schon ein bisschen länger her, weil es ist jetzt gerade gar nicht mit dieser Aktion. Und ich konnte es endlich auf ein Jahreschallenge-Feld setzen. Und zwar ließ eine Kurzgeschichtensammlung oder ein Buch mit Kurzgeschichten. Das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht mehr so genau, dass das jetzt hier Kurzgeschichten sein sollen. Aber ich habe gedacht, Mensch, das ist ein kurzes Hörbuch. Ist das mal wieder was auf Englisch mit kurzen Geschichten? Das kann man bestimmt super zwischendurch hören. Ich musste mich so konzentrieren da drauf. Also vorgelesen wurde das von Suzanne Torrin, Dion Graham, Robert Petkoff, James Langton und Christine Vom unter anderem. Also es waren wirklich viele, viele Leser. Und das fand ich auch richtig cool, weil eigentlich jede von diesen zwölf Geschichten wurde von Wim Anders quasi gelesen. Oder wahrscheinlich haben sie sich ein bisschen abgewechselt oder was. Aber ja, es wirkte sehr, sehr cool und gut gewählt, die ganzen Sprecher. Was weiß ich mal, ein bisschen älterer Mann von der Stimme her eben für einen älteren Mann und so weiter und so fort. Also es war sehr passend ausgewählt und die haben auch alle sehr artikuliert vorgelesen, sodass man auch als Fremdsprachler quasi das super verstanden hat. Und dann gibt es noch ein Nachwort von der Autorin, was eben von ihr selber gelesen wurde. Vielleicht mal vorweg, Estray heißt so verloren oder in die Irre. Und es geht in diesen Kurzgeschichten auch so um Schiffbrüchige unterschiedlicher Art, fand ich. Ich fand es toll, dass nach jeder Geschichte eine kurze Einordnung kommt. Also es werden nochmal Hintergründe aufgezeigt, weil alle Geschichten haben Wurzeln in realen Ereignissen, die dann eben nochmal genauer erklärt werden. Entweder gab es die Personen so oder so ähnlich. Es wurde natürlich viel fiktionalisiert oder das und das basiert auf einem Zeitungsausschnitt. Das nächste ist irgendwie da und da chroniert, heißt das chroniert, also runtergeschrieben worden und so. Und wie gesagt, das basiert eigentlich alles auf realen Ereignissen und wurde dann ein bisschen fiktionalisiert. Man könnte auch sagen, es ist eine Chronik Amerikas und seiner Einwanderer, denn es geht eben viel um Einwanderer oder, was weiß ich, Goldschürfer, Sklaven. Also alle möglichen Themen, die so über die paar Jahrhunderte seit der Besiedlung Amerikas sozusagen an Themen halt waren. Ja, man lernt dann dadurch quasi noch was. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ich habe jetzt hier wahnsinnig viel aufgeschrieben, was in welcher Geschichte passiert, aber es sind wirklich viele Pflegeschichten. Ich werde nur ein paar jetzt erzählen, was da drin vorkam. In der ersten Geschichte beispielsweise ging es um einen Elefantenpfleger und der hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem Schützling. Als der Elefant dann von einem ziemlich gefühllos geschäftlichen Ami gekauft wird, entschließt der Pfleger sich schlussendlich mit ihm zu kommen und England zu verlassen. Und da fand ich den Schreibstil wirklich interessant, weil es nur wörtliche Rede vom Pfleger ist. Wie er halt mit seinem Elefanten spricht quasi, um den er sich schon seit Jahrzehnten kümmert. Und ja, das war irgendwie was ganz Besonderes. Dann die zweite Geschichte fand ich auch noch recht speziell. Da ging es um eine, also wir erhalten Einblick in die Gedankenwelt von einer Prostituierten, die schon früh auf diese Einnahmequelle zurückgreifen musste, weil sie weise wurde und ihren kleinen Bruder noch durchbringen musste. Der ist aber mittlerweile fast erwachsen und befindet sich in einer Ausbildung. Und während die Protagonistin Caroline nun eine kleine Tochter hat, um die sie sich sorgt, und von der sie auch nicht will, dass die ihre Mutter als Prostituierte wahrnimmt und sich dann schämt und so weiter. Und deshalb schreiben die beiden an Dickens, der ihnen dann auch hilft, ein neues Leben ohne Prostitution zu beginnen. Also alleine, dass das auf Fakten basiert, finde ich total irre irgendwie. Ja, dann ist noch was, was irgendwie auf einem Zeitungsaufschnitt basiert hat. Ein junger, alleinstehender Anwalt hilft einer Witwe, den Tod ihres Mannes abzuwickeln und wird dabei sowohl von ihr als auch von ihrem Vermögen ziemlich angezogen. Aber als er ja einen Heiratsantrag machen will, kommt auf einmal alles ganz anders als gedacht. Ja, und dann geht es noch über so einen Südstaatensklaven. Da muss ich sagen, das fand ich richtig schwierig zu verstehen, weil er halt mit so einem Akzent gesprochen hat und noch, ich sag mal so, diese wahrscheinlich damals typische Sprechweise der Schwarzen irgendwie nochmal imitiert hat. War super schwer zu verstehen und da war ich ganz froh, dass das echt nur eine ganz kurze Geschichte war. Ziemlich berührend fand ich auch die Geschichte von einer jungen, noch getrennten Familie, wo der Vater bereits nach Kanada vorausgewandert war sozusagen und die Mutter mit den zwei Kindern gerade nachkam. In der Zeit, wo sie quasi übersetzt mit den Kindern auf dem Schiff, ist der Vater an Cholera erkrankt und hofft halt zu überleben und seine Frau und die Kinder wiederzusehen. Die Frau wiederum hat Angst vor dem Neubeginn in Kanada und was auf ihre Familie da zukommt. Und das Coole dabei war, dass immer abwechselnd aus seiner und ihrer Perspektive erzählt wurde und das nahtlos hintereinander weg und das war ja vom Erzählstil einfach sehr, sehr cool. Dann haben wir noch Grabräuber begleitet, die Abram Lincolns Überreste stehlen und gegen Lösegeld eintauschen wollen und auf die eine ganz böse Überraschung wartet. Was ich auch sehr ergreifend fand, war ein Briefwechsel zwischen einer armen Mutter und einem Waisenhaus. Die arme Mutter hat quasi ihre Tochter abgeben müssen, weil sie sich einfach nichts mehr leisten konnte, weil sie eben so in Geldnöten war und dann heiratet sie aber später irgendwann wieder und möchte dann ihre Tochter irgendwann zurückhaben und dann liest man quasi immer den Briefwechsel von der eigentlichen Mutter mit dem Waisenhaus sozusagen und dann gibt es noch einen Adoptivvater von der Kleinen im Mittleren Westen, der sie halt partout nicht zurück zu ihrer Mutter lassen möchte, selbst als da alles stabil war und so weiter, weil natürlich auch sich Gefühle entwickelt haben. Also man hat dann immer die Briefe gelesen, die dann jeweils ans Waisenhaus geschrieben wurden und das fand ich schon ziemlich krass einfach so und ja, die letzte Geschichte war nochmal mit zwei alten Damen in einem Altersheim, die jahrzehntelang Skulpturen angefertigt haben und ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben und jetzt langsam dement werden und sich gar nicht mehr richtig, ja die eine erinnert sich gar nicht mehr so richtig an die gemeinsame Vergangenheit. Das war auch sehr traurig und bewegend, also es waren auch ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja packt mich jetzt nicht so, aber ich glaube, das ist bei Kurzgeschichten ehrlich gesagt immer der Fall. Insgesamt fand ich es sehr rund interessant, aber es waren irgendwie gefühlt super viele Geschichten oder es war einfach insgesamt ziemlich lang, hat sich dadurch für mich ziemlich hingezogen, weil ich mich auch echt konzentrieren musste, um jeder Geschichte vernünftig folgen zu können. Also man musste wirklich teilweise, wenn vielleicht eine Geschichte eine halbe Stunde oder so gedauert hat, ich konnte da nicht viel irgendwie nebenbei machen oder das nebenbei hören oder so, sondern maximal Fahrrad fahren, das ging noch oder Sport machen allgemein. Alles andere, also noch irgendwie rumtödeln und vielleicht noch abgelenkt werden, war einfach überhaupt nicht drin und manchmal musste ich auch tatsächlich nach jeder Geschichte quasi eine Pause machen, weil man das erst mal sacken lassen musste sozusagen und sich nicht komplett wieder direkt auf eine neue Geschichte einlassen konnte. Ja und was ich noch cool fand zum Schluss, folgte noch ein Nachwort der Autorin, die von Irland nach Kanada ausgewandert ist und warum mir das Thema mit dem Auswandern dann dadurch auch so sehr am Herzen liegt. Also ich fand's gut, fand's gut verständlich und viele der Geschichten auch sehr eingängig, deswegen gibt's von mir vier Sterne. Das nächste Gruselbingo-Buch war ein bitterkalter Nachmittag von Jared Donovan aus dem Luchterhand Verlag mit 336 Seiten aus dem Jahr 2010. Und es geht um ein Dorf irgendwo in Europa, Ende November, begraben von Eis und Schnee und ein Mann, das ist der Bäcker des Dorfes, wird gezwungen, eine große, breite Grube auszugraben. Überwacht wird er dabei vom Geschichtslehrer des Dorfes und nach und nach werden weitere Bewohner des Dorfes in Lastwagen angekarrt, Soldaten überwachen das alles und während der langen Prozedur des Grabens entsteht immer wieder ein Gespräch zwischen Lehrer und Bäcker, mal philosophisch, mal kindisch, oftmals merkwürdig. Es werden unter anderem die Mongolen und ihre Eroberungszüge durchgekaut. Erst habe ich gedacht, das Buch spielt im Zweiten Weltkrieg oder so, aber da habe ich mich getäuscht, denn unter anderem ist den Figuren AIDS schon ein Begriff. Es scheint also so eine Art fiktionaler Bürgerkrieg zu sein, also ja, einer, von dem ich keine Kenntnis habe oder eben was Fiktionales, sage ich jetzt mal. Man anzipiert, dass der Bäcker und viele andere Dorfbewohner erschossen werden sollen und der Bäcker ihnen das Massengrab dann aushebt, was auf jeden Fall gruselig ist und sehr düster. Ich war einfach neugierig, was sich ein Autor dazu ausdenken kann. Was redet man in so einer Situation? Kann der Bäcker den Lehrer noch überzeugen, nicht sterben zu müssen? Ich muss sagen, was dann daraus gemacht wurde, fand ich so, hm. Die Gespräche der beiden waren mir irgendwie zu irrwitzig und es war alles super düster, super hoffnungslos. Es wird von diversen Schlachten erzählt und wie die armen Opfer damals sterben mussten. Außerdem philosophieren sie viel über Gott und den Himmel und den Teufel und über das Gute und Böse im Menschen. Und dann gibt es noch so ein paar Rückblenden, wo wir dann auch nochmal was über den Bäcker und ja seine Persönlichkeit erfahren, was mir dann die Sympathie für ihn deutlich geschmälert hat. Zum Beispiel drängt er die Tochter des alten Bäckers aus dem Geschäft, nachdem ihr Vater und sein Lehrmeister sozusagen gestorben ist und ihm halt die Backstube aber nicht den Verkauf überlassen hat, also dann drängt er sie quasi so raus, weil er eben den Verkauf auch mitmachen möchte und das alles für sich haben möchte, obwohl er ja eigentlich nicht der Blutsverwandte ist. Ja, er ist sehr eigenbrötlerisch, studiert quasi die Menschen, um mehr so zu wirken, wie sie wirken. Also er setzt sich quasi Masken auf, sagt er auch so an einer Stelle und behält die an, auf die die Menschen besonders gut reagieren. Das hört sich für mich tatsächlich voll nach einem Soziopathen oder Psychopathen an. Der Lehrer wiederum bleibt sehr verschleiert. Man fragt sich die ganze Zeit, warum beaufsichtigt er jetzt den Bäcker, obwohl er aus demselben Dorf kommt? Warum redet er mit dem, wenn er doch sterben muss? Und also seine Rolle bleibt super lange unklar und so war es tatsächlich auch gedacht. Das hat der Autor auch im Nachwort nochmal zugegeben sozusagen. Also es war für mich schwierig, Empathie für einen der beiden zu empfinden, ehrlich gesagt. Also ihre Gespräche fand ich auch mal belanglos, teilweise abstoßend. Und ich habe, also wahrscheinlich habe ich es nicht richtig verstanden oder so. Also meine Erwartungen in Anführungsstrichen konnte das Buch jetzt nicht erfüllen. Es kriegt von mir drei Sterne. Dann habe ich was echt Außergewöhnliches gelesen, wie ich finde. Und zwar Verity von Colleen Hoover. Ist im DTV Bold Verlag erschienen und hat 368 Seiten. Ist auch erst 2020 erschienen. Das Original ist mal 2018 im Self-Publishing erschienen, wie ich gesehen habe. Und es hat auch sehr gut aufs Gruselbingo gepasst. Das ist zwar irgendwo, glaube ich, unter Romans oder so eingeordnet. Auch so in verschiedenen Buchläden. Sieht auch vom Cover total so aus. Ist aber tatsächlich eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Thriller, Spannung und fast schon Erotik. Komme ich gleich nochmal zu. Es hat auf jeden Fall auf leider kein Jahreschallengefeld gepasst. Ich habe es aber tatsächlich an zwei Tagen durchgesuchtet, weil es sehr, sehr spannend war. Es geht um Lowen, die als erfolglose Schriftstellerin in New York lebt und einen lukrativen Auftrag erhält. Sie soll die berühmte Buchreihe von Verity Crawford fortsetzen, die nach einem Autounfall in einer Art Wachkoma gefangen ist. Ja, sie ist nach dem tragischen Unfalltod ihrer Zwillings-Töchter gegen einen Baum gefahren. Um Verities Unterlagen zu sichten, wird Lowen Gast in ihrem Haus und fühlt sich von ihrem Ehemann Jeremy auch sehr hingezogen. Gleichzeitig entdeckt sie in den Notizen eine unveröffentlichte Autobiografie von Verity, die die Vorkommnisse, die so geschehen sind, in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Und man fragt sich halt, was es war und was ist Fiktion. Cool fand ich, dass das Ende relativ offen war und sich jeder Leser so ein bisschen seine eigene Meinung bilden kann bzw. muss. Es regt wirklich sehr zum moralischen Nachdenken an. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich das Buch schlecht in irgendwie eine Genre-Schublade stecken lässt. Es ist ein Thriller, es ist ein Liebesroman, weil tatsächlich super viel über Sex geredet wird. Allein in dieser Autobiografie schreibt die Verity super viel davon, wie haben sie und ihr Mann sich kennengelernt. Auch nach zig Jahren Ehe haben sie noch täglich miteinander geschlafen und irgendwann kamen die Kinder. Dann war vielleicht mal ein bisschen weniger im Bett, aber sie wollte es wieder initiieren und so. Also es wird super detailliert. Also ich sag mal, alle 20 Seiten ist mindestens eine Sexszene mit dabei. Das muss man, glaube ich, wissen. Wenn man darauf nämlich nicht steht, dann ist das Buch wahrscheinlich auch nichts für einen. Das hat tatsächlich auch so ein bisschen diese Genre-Grenzen gesprengt. Ich fand einige Aspekte ein bisschen übertrieben. Also unrealistisch, sag ich jetzt mal. Und da konnte ich aber, erstaunlicherweise, normalerweise kann ich das nicht so gut, aber ich konnte hier gut drüber weglesen. Es hat mich so gepackt. Ich wollte mehr wissen, ich wollte mehr lesen. Es hat auch diesen Charme von, ich finde ein verbotenes Tagebuch und blätter das durch irgendwie. Also vielleicht liegt es auch da so ein bisschen dran, weil eben die Lohan diese Autobiografie halt in so einem Karton findet. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gegruselt, weil es wirklich auch, ja, es war ein gruseliges Buch, fand ich. Ich habe mitgerätselt und ja, mich sehr gut unterhalten gefühlt. Man denkt auch, wie gesagt, nochmal im Nachgang sehr stark drüber nach. Mehr möchte ich dazu aber jetzt gar nicht sagen. Also sonst würde ich wahrscheinlich spoilern. Vielleicht, wenn man, ich sag mal, Mutter ist und Gewalt an Kindern nicht so gut lesen kann, dann sollte man vielleicht hier auch Abstand von halten, ohne jetzt noch mehr dazu zu sagen. Aber ja, ich fand es gut. Es war sehr spannend. An zwei, drei Stellen ist es nicht perfekt gewesen, weil es halt sehr übertrieben war und dadurch unrealistisch wurde. Aber ich habe den ganzen vier Sterne gegeben. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war The Diviners, Aller Anfang ist böse von Libba Bray. Ist aus dem deutschen Audio Verlag, ungekürzt 18,5 Stunden gelesen von Anja Stadlober und hat auch fürs Gruselbingo gepasst. Erstmal vorweg, Anja Stadlober hat eine sehr klare, schnörkellose Stimme, wie ich finde. Sie hat aber auch jede Figur im Grunde gleich gelesen. Und auch sonst fand ich sie jetzt ein bisschen auf der monotonen Seite eher so sachlich statt emotional größtenteils. Also ja, ich fand sie eher wenig Emotionen ausdrückend, sagen wir es mal so. Jahreschallengefeld gab es dafür keins. Es geht hier um Evie, ist eine junge Frau, die eben in den 1920ern lebt und sie hat eine Gabe. Berührt sie persönliche Gegenstände, sieht sie die Geschichte und die Gefühle des Besitzers. Sie ist also eine sogenannte Diviner. Das sind eben Menschen mit besonderen Fähigkeiten in dieser Welt, in Anführungsstrichen, in dieser Fiktionalen. Und ja, die Gabe kommt aber zu einem ziemlich hohen Preis. Also sie bekommt jedes Mal ganz, ganz schlimme Kopfschmerzen, wenn sie diese Gabe angewandt hat. Und es ist auch so, dass natürlich nicht jeder will, dass sie die Geheimnisse, die sie dadurch sieht, preisgibt. Als sie auf einer Party enthüllt, dass der Sohn eines Geschäftsmannes ihres Vaters trotz Verlogung mit einer anderen seine Haushaltshilfe geschwängert hat, schicken ihre Eltern sie von Ohio nach New York zu ihrem Onkel. Evies Onkel leitet ein Museum für Okkultes und wird aktuell bei einer Mordserie mit okkulten Symbolen als Berater der Polizei hinzugezogen. Die lebenslustige Evie kann nicht widerstehen und hilft bei den Ermittlungen. Gleichzeitig folgen wir noch anderen Divinern. Einmal Sam, das ist so ein, ich sag mal, Lebe-Mann und Taugenichts. Der kann übersehen werden, wann immer er möchte. Und diese Gabe nutzt er, um sich seinen Unterhalt zusammenzustehlen. Außerdem gibt es noch Memphis, der heilen konnte, bis er seine Mutter vor dem Tod nicht retten konnte und dessen kleiner Bruder ein Seher ist. Es ist eine Zeit voller Aufbrüche und Verbote. Der erste Weltkritt ist vorbei, die Zeiten sind super hart. Alle wollen sich durch Partys und illegalen Alkohol ablenken. Und der Serienmörder ist ein durch eine Seance aufgeweckter Geist, der allmächtig scheint. Damit rechnet von den Protagonisten eigentlich erstmal niemand. Das Buch behandelt auch Themen wie Religiosität, Fanatismus, Spirituelles, Gut gegen Böse. Was heißt es eigentlich, gut zu sein? Wann ist jemand böse? Diese Geschichten. Oder auch irgendwie, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Krankheiten? Was ist da der Plan dahinter? Kann doch nicht sein. Bestimme ich eigentlich mein Schicksal selber oder ist das fremdbestimmt etc. Also sehr philosophische Themen, die hier durchaus angesprochen werden. Das Buch ist auf jeden Fall ein Langsamzünder. Also siehe auch die Länge mit 18,5 Stunden. Wir folgen diversen Handlungssträngen. Sogar die Auferweckung des Mörders kriegen wir mit. Hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Etliche der Morde auch in aller Tiefe. Aber irgendwann ist man doch sehr gefesselt und fiebert mit den Protagonisten mit. Also wie gesagt, es ging erst mal von links nach rechts und alle Diviners und die Party, auf der, wie gesagt, dieser Geist erweckt wurde etc. Es wird halt alles in epischer Breite irgendwie erzählt. Aber irgendwann, ich weiß auch nicht warum, aber da ist dann tatsächlich wahrscheinlich wieder der Weg eher das Ziel. Also wenn ihr auf viel Action steht und ab Seite 1 irgendwie das, was passiert, dann seid ihr hier wahrscheinlich auch falsch. Aber irgendwie haben einen die Protagonisten dann doch gecatcht. Und man wollte wissen, wie es weitergeht. Das war auch auf jeden Fall gruselig. Also es hat gut zum Gruselbingo gepasst. Auch wenn Ivi mir irgendwie zu oberflächlich und ich bezogen ist, was mir die Sympathie mit ihr tatsächlich ziemlich erschwerte, fand ich die Geschichte und auch die anderen Charaktere spannend und irgendwie charmant und würde die Reihe gerne weiterlesen. Es gibt aktuell vier Bände und nur Nummer zwei ist übersetzt zu haben. Aber trotzdem werde ich mich da dranhängen ab nächstem Jahr. Das Buch kriegt von mir vier Sterne. Als nächstes habe ich ein kurzes, aber außergewöhnliches Rezensionsexemplar-Hörbuch gehört. Und zwar Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchardt. Ist 83 Minuten lang und wurde 2020 neu aufgelegt. Für ein Jahreschallengefeld war es leider zu kurz. Ich glaube, ich hatte vorhin gesagt, dass es ein Hörbuch ist. Schlussendlich ist es aber eher fast schon ein Hörspiel. Mit den Stimmen unter anderem von Hans Quest, der eben den Protagonisten spricht. Josef Dahmen und viele, viele andere. Es ist quasi ein altes Hörspiel vom Nordwestdeutschen Rundfunk, wie er damals noch hieß. Es geht um einen jungen Soldaten, einen deutschen Soldaten namens Beckmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus der sibirischen Gefangenschaft zurückkommt und seine Frau mit einem neuen Mann erwischt. Tief enttäuscht will er sich in der Elbe ersäufen, überlebt aber und streift dann hungrig, müde, unterkühlt und voller Schuldgefühle, beziehungsweise auch mit einem massiven posttraumatischen Stresssyndrom durch Hamburg und trifft seinen ehemaligen Oberst, der mit Gattin und Tochter fürstlich speist und alle Verantwortung von sich weist, versucht, im Theater einen Job zu bekommen, wird immer wieder abgewehrt und, wie der Titel schon sagt, vor die Tür gesetzt. Und das wurde dann immer wieder von unterschiedlichen Stimmen halt gelesen. Zum Beispiel die Elbe hatte eine Stimme, dann hat ihn eine Frau aufgegabelt, die hatte nochmal eine andere Stimme und so. Der Oberst auch und so weiter und so fort. Also es war sprachlich einfach sehr gut umgesetzt und sehr berührend. Anderthalb Stunden kam mir viel zu kurz vor. Es war wirklich ein eindrücklicher Einblick in die Psyche von einer ganzen Generation schlussendlich und ein sehr gesellschaftskritisches Thema und ein ganz wichtiges Thema, finde ich auch. Von mir bekommt das Ganze vier Sterne. Ich fand es bestürzend, aber wichtig zu hören und im Grunde auch ziemlich kurzweilig durch den Hörspielcharakter und habe hier auch nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Doch Beckmann, doch. Man hält das schon aus. Du bist ein Schwein. Aber man hält das wohl aus. Oh ja, man hält das aus. Zwei Tote. Wer redet heute noch von zwei Toten? Früher konnte es wohl vorkommen, dass sie in San Francisco trauerten, wenn bei Parisen Ballonfahrer abgestürzt waren. Aber heute tun es nur noch Totenlisten mit sechs Nullen. Und die Menschen seufzen nicht einmal auf. Sie schlafen ruhig und tief weiter. Sie werden mit Zahlen gefüttert, die sie kaum aussprechen können, weil sie so lang sind. Und die Zahlen bedeuten... Hör nicht hin, Beckmann. Hör hin, hör hin, bis du umkommst. Die Zahlen bedeuten Tote, Halbtote, Granatentote, Splittertote, Hungertote, Bombentote, Eissturmtote, Ozeantote, Verzweiflungstote, Verlorene, Verlaufene, Verschollene. Und diese Zahlen haben mehr Nullen, als wir Finger an der Hand haben. Hör doch nicht hin, du, die Straße, wartet Beckmann, komm. Du, du, wo geht sie denn hin? Wo geht sie denn hin, die Straße? Wo sind wir denn? Sind wir noch hier? Ist dies noch die alte Erde? Ist uns noch kein Fell gewachsen, du? Wächst uns kein Schwanz? Kein Raubtiergebiss? Keine Kralle? Gehen wir noch auf zwei Beinen? Mensch, Mensch, was für eine Straße bist du denn? Wo gehst du denn hin? Antworte doch, du anderer! Du Ja-Sager! Antworte doch, du ewiger Antworter! Du verläufst dich, Beckmann, komm. Die Straße geht weiter. Und überall gibt es Lampen. Sonne, Sterne, Frauen, Fenster, Laternen und offene Türen. Bist du so feige, dass du Angst vor der finsternischt zwischen zwei Laternen hast? Komm, Beckmann, weiter bis zur nächsten Laterne. Halt deinen Mund, Ja-Sager. Schon deine Lunge für andere. Ich bin müde wie eine ganze gehende Welt. Werd nicht müde, Beckmann, komm. Schlaf ist tot und tot ist nichts. Aber das Leben ist lebendig, Beckmann. Sei mit lebendig. Sei still. Als nächstes habe ich gelesen, Sunset Park von Paul Auster ist im Rowold Verlag erschienen, hat 318 Seiten und ist erstaunlicherweise erst 2012 erschienen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist schon aus dem letzten Jahrhundert so, ja, vom Gefühl her. Ich habe das Buch für das Jahreschallengefeld Lies ein Buch eines Autoren, der ein Tier im Vor- oder Nachnamen trägt, eingesetzt. Und da passte, war das das einzige Buch, was wirklich in meinem gesamten großen, großen Hörbuch, E-Book und normalen Buchsub gesteckt hat. Dieses Buch ist auf jeden Fall der Roman, der 0,0 gruselig war. Habe ich mich also so ein bisschen getäuscht. Ich dachte, ehrlich gesagt, der wäre ein bisschen gruseliger. Aber egal. Es war ein überhaupt nicht gruseliger Roman über Hausbesetzer in New York und ihre jeweiligen Lebensgeschichten. Literarisch ziemlich hochwertig, aber trotzdem fix zu lesen. Das Buch fokussiert sich auf Miles Heller, der vor Jahren im Streit den Unfalltod seines Stiefbruders bewirkt hat und seitdem vor seiner Familie und der Vergangenheit flieht und der sein Liebesglück nun gefunden hat mit der wesentlich jüngeren Pilar in Florida. Leider endet das Glück ziemlich je, weil Pilars ältere Schwester Miles erpresst und ihm Schlägertypen mit einer eindringlichen Warnung vorbeischickt, als er nicht kuscht. Notgedrungen zieht Miles dann zu seinem alten Kumpel Bing zurück nach New York, bis Pilar volljährig wird und die Polizei ihn dann nichts mehr anhaben kann. Bing besetzt momentan mit zwei anderen mittellosen Freundinnen ein heruntergekommenes Haus. Das alles spielt im Jahr 2008, was man als Leser aber kaum fassen kann, weil wirklich viele alte Dinge in den Köpfen dieser angeblich jungen Leute aktuell sind. Zum Beispiel alte Hollywoodstreifen, über die die eine ihre Dissertation schreibt, was junge Männer im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das Reparieren alter Gegenstände wie Taschenohren und Schreibmaschinen. Literatur aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wird auch im Grunde nur gelesen. Also da merkt man, fand ich persönlich, doch das Alter des Autors und dass er sich in aktuelle Themen und auch so die Gedankenwelt der Jugend vielleicht nicht mehr allzu gut eindenken kann. Also man hat schon gemerkt, dass der Autor ein alter Herr ist. So, Punkt. Ich fand das Buch gut geschrieben, auch leicht zu lesen. Die Lebensgeschichten waren ganz interessant, aber es war gleichzeitig irgendwie ein bisschen belanglos. Also vom Vibe her nicht aus diesem Jahrhundert. Hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen und ich würde dem Ganzen drei Sterne geben. Dann habe ich noch ein Grusel-Bingo-Buch gelesen oder gehört, besser gesagt. Und zwar Und es schmilzt von Lize Spitt aus dem Lübbe Audio Verlag 6 Stunden 21 Minuten aus dem Jahr 2017. Die Sprecherin war Anna Thalbach. Die ist nicht ganz so kratzig wie ihre Mutter Katharina und ich fand sie super angenehm dafür. Also sie hat eine sehr unverwechselbare Stimme, ist aber quasi ein bisschen milder oder sanfter sozusagen vom Tambre. Fürs Jahresstellensfeld hat es leider auf keinen Fact gepasst. Trotzdem bin ich super, super happy, dass ich das jetzt endlich mal gelesen habe, weil ich es echt gut fand. Also bedrückend gut. Es geht um Eva. Die fährt mit einem großen Eisblock im Auto in ihr Heimatdorf, das sie schon seit Jahren nicht mehr besucht hat. Was hat sie damit vor? In Rückblenden, die auch wirklich gute zwei Drittel des Buches einnehmen, erinnert sie sich zurück an einen fatalen Sommer in ihrer Jugendzeit. An ihre Freundschaft mit Pim und Laurens, ihre schwierige Beziehung zu anderen Mädchen und ihre Familienprobleme, die ihre kleine Schwester in Zwangsneurosen getrieben haben. Das Hörbuch entwickelte für mich eine wahnsinnige Sogwirkung, obwohl es besonders zum Ende hin sehr beklemmend war. Gruselig fand ich es jetzt nicht unbedingt, aber es zeigt total menschliche Abgründe auf. Es ist sehr realistisch, es wird hier geschildert, ja auf welchen pubertären Quatsch man eigentlich so kommt in diesen Jahren. Also die Jungs tun hier alles, um mal Mädchen nackt zu sehen. Eva schämt sich noch Jungfrau zu sein. Es werden auch Themen wie Alkoholismus, Vergewaltigung, Zwangsstörung, Tod von Jugendlichen und so weiter aufgegriffen. Also alles ernste und heftige Themen. Ich fand es gut. Ich habe es sehr schnell weggehört und es ist sicherlich nicht für jeden was. Es ist schon sehr derbe, aber es regt auch zum Nachdenken an, wie ich finde. Und ich würde dem ganzen vier Sterne geben. Und nun habe ich noch eine Ankündigung in eigener Sache zu machen. Und zwar findet bei mir auf meinem Instagram-Kanal, wenn ihr dort Podcast Bücherreich eingibt, werdet ihr mich finden, findet gerade eine Verlosung statt. Und zwar mit freundlicher Unterstützung vom DTV-Verlag gibt es bei mir zu gewinnen einmal ein richtig cooles Peter-Grant-T-Shirt, was so, wie ich das verstanden habe, nicht im Handel erhältlich ist. Also was ganz Exklusives, wie ich finde. Und es gibt ein Doppelband der ersten beiden Peter-Grant-Bücher mittlerweile. Und zwar ist das ja die Flüsse von London und Schwarzer Mond über Soho. Und die wurden, wie gesagt, jetzt in ein Doppelband zusammengefügt, was natürlich eine coole Gelegenheit ist für alle, die Neueinsteiger sind. Und diese beiden Sachen verlose ich als kleines Fan-Paket quasi. Ihr müsst dazu über 18 sein und in Deutschland wohnen. Und eben unter meinem Instagram-Post zu dem Thema, zu dieser Verlosung, einen Kommentar schreiben. Und zwar, was eure liebste Zauberkraft wäre. Und das Ganze findet in der Woche vom 9. bis 15. November statt. Und danach wird dann gezogen. Und dann wird tatsächlich DTV euch den Gewinn direkt zuschicken. Das heißt, ihr müsst dann auch einverstanden sein, dass ich quasi eure Adresse, die dann der Gewinner mir übermittelt, dass die eben an DTV allein zu diesem Zweck übermittelt werden darf. Also die schicken euch das Paket und wir machen die mit der Adresse nicht. Aber dass ihr da einmal vorab Bescheid wisst. Natürlich gibt es auch nochmal ganz detaillierte Teilnahmebedingungen, die rechtssicher sind etc. pp. auf meiner Internetseite. Und das ist auch nochmal auf dem Instagram-Kanal auch verlinkt, diese Teilnahmebedingungen. Das heißt, die könnt ihr euch gerne nochmal in Ruhe durchlesen. Aber ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Punkte, ehrlich gesagt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Und ich finde, es ist eine coole Gelegenheit, um in die Peter-Grant-Reihe genauer einzutauchen. Der neueste Band ist nämlich jetzt auch ganz kürzlich erschienen und wird mir auch sehr bald zugeschickt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir sind am Ende angelangt. Jetzt noch die Subhöhe, die aktuelle. Bei den Büchern sind es 45. Das heißt, ich habe 5 gelesen und es ist keins dazugekommen. Bei den Hörbüchern sind wir bei 119. Das ist insgesamt plus 1. Das liegt daran, dass ich zwar 4 Hörbücher gehört habe diesen Monat, aber ich habe auch noch viele Sachen hinzubekommen. Und zwar unter anderem 4 Rätsel-Exemplare. Einmal Anne of Green Gables von Lucy Maud Montgomery. Dann draußen vor der Tür ist tatsächlich auch frisch dazugekommen gewesen. Was der Fluss erzählt von Diane Setterfield. Und das fehlende Glied in der Kette und andere Krimis von Agatha Christie. Und ein Gratishörbuch von Thalia. Also ich bin echt eines Abends zurückgekommen, habe meinen Briefkasten geöffnet. Und dann hatten sie mir quasi eine Art Werbepost geschickt, um eben ihre Hörbuch-Sparte besser zu bewerben, nehme ich mal an. Und da war dann so, ja, hier ist ihr Code und geben sie mal ein. Da habe ich mir gedacht, ist das wirklich der Fall? Also passiert das hier gerade wirklich? Und dann habe ich tatsächlich einfach mal bei denen online geguckt. Und sie haben tatsächlich nicht die große Auswahl, die wie Audible es beispielsweise hat. Also gerade die englischsprachigen Titel, auf die ich vielleicht auch direkt Lust gehabt hätte, waren jetzt nicht unbedingt vorhanden. Aber ich habe tatsächlich aus meiner, aus meinem riesen Audible-Merkzettel, habe ich mir verschiedene Sachen rausgesucht und habe mal so die Hörprobe jeweils angehört. Und habe mich dann spontan für Kurt von Sarah Kuttner entschieden, weil mich die Hörprobe irgendwie spontan total angesprochen hat. Das war einfach so real. Ich fand das sehr real und bodenständig und realistisch. Und da hatte ich irgendwie gerade in dem Moment sehr Lust drauf, das soll auch super gut sein. Ich wollte schon immer was von Sarah Kuttner lesen. Lese sowieso viel zu wenig deutsche Autoren, manchmal habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich dazu gegriffen. Das heißt, ich habe, wie gesagt, eben diese fünf Hörbücher dazubekommen, vier gelesen und habe dadurch plus eins. Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Lesemonat und auch mit meiner Büchersubhöhe von 45 Büchern. Ich drücke mir selber die Daumen, dass das vielleicht sogar noch klappt, dass ich da so an die 30 ranstoße. Da muss ich mich allerdings sehr für anstrengen, ehrlich gesagt. Aber das ist so ein bisschen das Ziel, was ich vielleicht noch bis Ende des Jahres verfolge. Ich habe auch super viele neue Bücher fürs nächste Jahr gefunden, die ich sehr gerne als Rezensionsexemplare haben wollen würde. Dazu erzähle ich dann nochmal mehr in der Jahresabfluss-Episode. Aber ja, bin schon sehr happy, wie das alles bisher so läuft. Das war es erstmal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.